Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von GTA 5 Online in heutigen Episode. Sonst wird es ein bisschen konfus sein, ich zeige euch wie Lost die Bullen in GTA sind und ja, Leute, kurzer Videoauschnitt, lasst euch überraschen, falls euch gefällt, lasst die Bewertung da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wenn einfach mal die Polizei in GTA zu Lost ist. Da sind es nur wirklich zwei. Der gibt gerade Gas, er kann nichts machen. Guckst du, mal stehen hier, mal stehen hier, mal stehen hier und tschüss. Und der fliegt schon. Ach du Scheiß, Alter. Und tschüss. Ne, geht's auf. Oh Mann. Die Bullen, den geht ja einfach komplett ripsen. Einfach zur Lust. So Leute, ich hoffe euch hat dieser kleine Videoauschnitt gefallen, falls ja, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt doch mal eure verrücktesten Erlebnisse, was GTA angeht, in die Kommentare. Und folgt mir auch gerne auf Instagram und da könnt ihr auch gerne schreiben, falls ihr mal irgendwelche misteriösen Sachen erlebt habt in GTA oder wie auch immer. Schreibt es gerne rein, wie gesagt bei Insta oder auch hier in die Kommentare. Und ja, Leute, ab jetzt einfach allen und rum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao.